Deshalb kommt er aus Judea, wegen seinem Fan EAS! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play! Ich wollte Let's Play sagen! Hey nein! Du sagst doch The Legend of the Sky, I'm sorry! Ich hab Let's Play gesagt! Mh, zu spät, Vergrüßung, verkackt, ö ö ö, selber Schuld gehabt! Oh, Gammelfrau! Alles runter machen, öh, kacka, kacka! So! Sau! Hauptsache, ich sag erst mal so, Sau! Sau ist er, hab ich verstanden! Oh nein! Oh, der sexy schwule Typ mit seiner harten Strumpfhose! Okay, mit Karo-Muster! Oh, ist jetzt zuerst Maxi! Ja, der Sitz hat ziemlich harte in der Schwaße! Ich bin ein Denker und ich bin hart! Dabei kommt mal richtig die Lüste auf! Ah ja, auf alle Fälle! Auf Süßli, Müsli! Na klar, auf Küßli! Äh, ja genau! Oh Gott, wie scheiße das ist! Oh nein! Vanessa! Ja! Vanessa! Ja! Vanessa! Ja! Wie scheiße! Wie... Oh nein! Wie scheiße! Ears Attack! Ears Attack! Aua! Okay, das war anscheinend eine fette Ears Attack! Was muss ich hier machen? Ach so! Ach, ich muss den Out peitschen! Ja, sagt das doch gleich! Ears! Nee, wenn du ihn auf den Out peits haust, würdest du ihn in den Sperg nehmen! Ach so, stimmt! Ey, das wär geil! Ja! Puh! Wow! Ey, ich fang mal explodieren! Genau! Ears Attack! Eieiei! Hilfe! Vanessa! Nein! Nein! Ears! Huuu! Der Schuss... Alleingestellt! Damit ihr Schluss macht! Nein! Huuu! 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 Bringt das was? Die Stimme! Au! Okay, nein, tut's nicht! Aaaaah! Alessa! Alessa! Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Huuu! 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 Au, was so... Wie soll das gehen? Du bist gerade irgendwie voll Läuse! Echt? So ne Biesel! Hallo, wie geht das? Es ist jetzt besser! Hm, es geht! Aua! Weiß ich nicht! Jei! So, jetzt muss ich mir noch was einfallen lassen! Ich hab mein Headset diesmal nämlich nicht aus Versehen nach oben geklappt! Ach so, okay! Aber wie... 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 Du musst ihn peitschen! Du musst es halt doch mal so machen! Das kannst du doch sonst auch so groß machen! Hm... Aber ich hab doch schon so viel gepeitscht! Hm... Vielleicht... Erst! Ach, hier muss ich ersen! Urgh! Scheiße, das war zu spät! Genug! Ah, jetzt versteh ich das! Ah! 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 Erst attack! Erst attack! Er ist attack! Erst attack! Ja, ja! Juuu! Feitsche, feitsche, feitsche! Muss ich da rein schlagen? Da muss ich bestimmt rein schlagen! Heia, 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 heia! Nein! Nochmal! Komm! Schlag drauf! Klop, 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 klop! Was das? Das wär jetzt ein bisschen komisch! Oh nein! ich glaube ich lege richtig mit meiner vermutung dass es sich wieder zusammenbaut ich muss ich war eben kurz ein bisschen lauter machen du bist ja schon läuse wie eine mäuse so diese tuch skype einfach so vorläuse okay so leise jetzt nicht aber halt zu leise so jetzt geht's so sind doch JT okay weiter Stöhnungsattacken ich brauche meine Peitsche gewohnt ja klar ne das ist auch von dir ne nicht mehr leben ja irgendwie nicht ne was war das ein verbindertes Lachen Kieser von The Yumbley Yumbley Echt mach da immer so ein geiles Affenface oh 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 boah hallo was soll die Scheiße kannst du nicht mal was originelles machen boah ja jamm m binig ja echt hallo boh komm das wird mir jetzt langsam echt zu jam Hallo phew okay so gut ich glaube wir können das schaffen wenn wir einen selbst jetzt sitzen den jetzt niemand gesehen hat wir können es schaffen wenn wir alle zusammenhalten und dann die macht von montaglauben auch wenn ich noch nie gegessen habe ich mag es nicht als ja ja ich habe auch jetzt und natürlich das ist das für eine gammel dass du jetzt verarsche ich dachte der wätschumer nein nein kein spinnpower ok nochmal speichern erinnert mich irgendwie ein bisschen an so ein komisches pokémon und das ist ein geiles pokémon siehst du das ich verstehe es zwar nicht aber trotzdem einfach sagen muss ich hier machen muss ich nehmen das ja ich muss die arme abschneiden ja dann wo ist der wo ist der hallo ist wie die judas mit seinem fern erst auf die beise für dass der mensch abstand ok jetzt mal nein ich peitschen draufkloppen ja was das hallo wie oft macht er das noch ist ja einfach mal das kann er kann es aber nicht aus schulden ich weiß er ja nicht er denkt mit sich das übelst was so das macht jeder was schweifte so übelst rum als schwammeln nein oh gott mach du liebe scheiße und er geht doch einfach kragen kärgen nein das ist nicht passiert das ist nicht passiert sogar fett schwanger so ich habe eben nur melone gekauft und damit saß ich dann auf dem sitz und da kam die polizei vorbei wenn man verstanden meinte mein vater so ja wenn ich zu schnell fahre da muss die melone unter dem t-shirt packen er weiter damit wir so tun können dass ich zum krankenhaus muss weil ich ja so voll schwanger bin und so was mein kraft hat die nörkel wenn schon und sie werden bäpsi carola ja ja das verhorte stellen die bücherine bücherine oh gott die ak okay ich lebe noch die nirgendwo heute schildern wir sind in der mitte mehr herzilein ist so ja nicht ich traurig sein gesungen wo das ist aber ein schönes lied von kann ich schon wie von mir von komisch und so hallo ich bin so beschwert man deshalb ist es auch geiler du bist ein mann ja klar zu wissen elektrischen beziehung bei einer heterosexuellen beziehung geführt und wussten das ganze sein über gar nicht oder muss sie etwa dass du ein mann bist und hast es mir nur verschwiegen er baut sich wieder zusammen morgen ein wie scheiße der ist moment das kann ich jetzt besser sagen sie zuerst immer alle dann sind doch schwanger von melonen 0 zu vermitteln und befruchten während der herrten befrucht und hau es ist und es ist eine frucht von daher ich wollte aber befruchtung hau wer sagen hau wer ist ein ganzes wort boah hallo das ist jetzt irgendwie scheiße scheiße b6 boah nein das und so möchte ich das aber nicht so möchte ich das nicht peitsche hallo peitschen peitsche nicht mit deiner peitsche so ich muss ihm jetzt die beine abschneiden ja so ist gut du bist ja mal übel scherzeste nein gar nicht wie kommst du daraus ne gar nicht ins herz ins herz boah ich bin voll nett einfach zehntausend mal so däden und er baut sich trotzdem wieder zusammen ist voll kacke wieso ist da so ein gammel boah geh weg hast du zu ihr was ich mach das richtig manno mach mich nicht fertig ich mach das schön oh lorean ist online so ich auch gerade geh weg bestimmt sagen wir jetzt wieder über irgendwas über gebiete und dann kommt die auf einmal so genau ach ja die epische gebieterfrau die schon ja ich schreibe jetzt mal in der konk peitschen komm ich peitsche die aus es macht spaß die das so wie er auch ich denke sie will auch denken können das ist ein konfigurierter schreiben sonst hat man die skype geräusche bei mir im video er hat sie schreibt zurück ich warne dich nur das schon mal drauf vor dass man damit lorean auch scheiße das sagt man nicht verdammt das tut man nein so ist es aber leider nicht okay beine weg heia heia so jetzt drauf kloppen klöppeln klöppel ist aber jetzt muss es ein ganz langen Rollstuhl hocken und ist das und es geschafft es geschafft ja ich komme zu tun guck mal wieder schmoppeln süß schmoppeln zudem durchknopfen durchnehmen meinst du wohl schlitzel Patapatta Paterpater kennst du das Lied das kann man bei der Stand 3 tanzen Pati 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 da haben wir ein Ding in Musik vor kurzem drauf getanzt oh god ich bin das Lied voll gammelisch YAMELI JAY wir haben's geschafft auch wenn ich total gammel war und einfach voll gecheatet hab komm wir hauen das Herz jetzt kaputt H registered Oh du hast das Lied schon mal genau hingehört da hört man immer du dummer Sack verzieh dich JA ich weiß das verstehe ich auch immer du dummer Sack du dummer Sack gwij du dummer Sack du dummer Sack wir machen auch alles putt da du Ramon putt 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 es ist ein bisschen was er hat er tot Böschel-Wuschel-Eier-Kopf mit Luria-Anhemorten Röhrern das aber nicht nur hier sagen so es könnte lauf dir wieder ein Schauer über den Rechten es kommt nicht so um was haben wir denn die Ehre so hier muss ich wieder drauf klüppeln die Luria Luria sagen doch dass sie die Konfigurin kommen soll so Gebieter mäßig Jey Flakka Flakka Blitz Blitz Scheiße Jey Sonne war total enthusiastisch gerade so das erinnert mich an die Büchse der Pandora was ist das das ist ein Gegenstand aus Hors ich dachte gerade du sagst aus Horsny boah einfach so geblendet sein zufrieden das ist mein Wirtschaftslehrer der Wirtschaftslehrer heißt Horsny nein er heißt Horn aber er wird immer Horsny okay und mein Wirtschaftslehrer heißt Anlauf wieso heißen alle Wirtschaftslehrer so gerne nicht oh 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 nee nee und ich hab grad Vollkopfschmerzen Karamellfrau ist bestimmt böse Gebieter das wäre Gebieter Schmerzen das ist voll über Restitionen oder was super Gebieterfrau boah die macht den voll fertig oha wie scheiße die Gebieterfrau ist ne ich dachte sie würde es um Klauen das wäre jetzt irgendwie ein bisschen Scheiße ne wenn die die ganze Zeit so tut als ob sie so super Sam Paar wäre und auf einmal so voll die Kackfrau okay sie ist zerbär sie ist gewachsen die Klinge mhm so richtig sie ist richtig dick und fass geworden ja genau jai sehst du ja drauf du kleines Jammel auf alle Fälle natürlich so und ich als ehemalige Lesmafere weiß natürlich was so steht ja klar ne fahr die Dildos jai oh das sieht doch schon mal gut aus jetzt haben wir das Spiel bestimmt erst zu nem dritten durch oh 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 drittel durchgenommen das ist doch schon mal gut ja das ist doch sehr schön gestärkt durch die göttliche Flamme ist dein Schwert gewachsen dein Schwert ist gewachsen ja das ist wieder gesteckt mhm oh schon wieder so ein scheiß Lied boah nä ich hasse die Lieder ich muss wieder ein neues Lied von Lied von lernen das mag ich ja genau wieso versteht da eigentlich jeder du da mal sagte den mal sagt bei ich dachte steht oh mein gott du kleine junge ein bisschen gar nicht ich guck mal der zum wasserfall an seinem hals sprudelt so alles zum stück hoch im hinsicht auf den klinik den geholfen muss wachsen was gott das also als ob den jemand von hinten nimmt aber das ist nur sein schwanz der ihn selbst von hinten nimmt also erklärt natürlich gerade alles und so und ich habe mal wieder nicht zu gehört deshalb weiß ich auch nicht wo es lang geht ab tun wir doch nie das sind doch ein freier ist die schweige die auf alle fälle und sie sind ganz viele ist mehr der reinge nur auf die schulnot überzogen versteht sich natürlich eigentlich ja nicht jedenfalls meines erachtens nicht aber das sieht ja jeder anders nicht wahr das kann jeder so nehmen wie er will jo klar klo klofrauen sind geil and you come real close can you blow my weasel baby weasel baby auf ich habe schon die monster klar im moustache gelesen nicht mehr voll ausrasten bei dem wohnstatt die bliebchen 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 musst du das dann auch der massen ist das verfahren glaubt man muss das machen auch sehr schön ja ich bin immer so hessliches fünft das fünft der fünft der fünft der einfach nicht besprechen können Prozent bis 5 5 Metterling mit Metterling ich nicht und deshalb muss man das eigentlich machen bekommt immer so komisches Teil raus aber anscheinend nicht doch mal schieb die Ehe der Masse hat immer sagt Pari 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 ich will in Paris Pader Atman die Marien wo muss ich denn jetzt nicht gar nicht die man es tut ja okay wir fragen einfach leider mal die karen aufbau wo ich habe es in der dritte ja okay aber dann will ich sagen wir sehen uns die wo schon mit dem männerbrüsten okay dann ist sagen wir sehen uns zum nächsten part tschüss